Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Flamenco-Eier. Flamenco-Eier sind herrliche, mediterrane Tapas ohne Fleisch. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Vier Esslöffel Olivenöl, Zwiebel, zwei frische Knoblauchzehen, zwei kleine, rote Paprika, vier Tomaten, etwas frische Petersilie, Salz, Prise Cayennepfeffer, 200 Gramm Maiskörner aus der Dose, vier Eier. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, vier Kazzuellas, Topf, Pfanne. Zubereitung Vorbereitung Die Zwiebel pellen und in Ringe schneiden. Den Knoblauch pellen und fein würfeln. Die Paprika waschen, trocknen, den Stielansatz herausschneiden, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und würfeln. Wasser in einem Topf erhitzen, bis es kocht. Die Tomaten in das Wasser geben, bis die Haut aufplatzt. Die Tomaten abgießen und gut mit kaltem Wasser abschrecken. Die Tomaten pellen, den Stielansatz herausschneiden, die Tomaten vierteln, das Kerngehäuse entfernen und die Filets würfeln. Petersilie waschen, trocknen und hacken. Den Mais abtropfen lassen. Zubereitung Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel und den Knoblauch in der Pfanne bei kleiner Hitze glasig dünsten. Die Paprika dazu geben und 10 Minuten mitdünsten lassen. Dann die Tomaten und die Petersilie untermischen. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Noch einmal 5 Minuten dünsten lassen. Den Mais hinzugeben und untermischen. Die Masse auf 4 Kazzuellas verteilen. In die Mitte der Masse mit einem Esslöffel eine Mulde drücken. In jede Vertiefung ein Ei aufschlagen. Im Backofen 20 Minuten backen lassen. Als Beilagen eignen sich Ein trockener spanischer Rotwein oder Sherry. Weitere Tapas Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!